Hallo ihr Lieben! Heute nenne ich euch 5 Gründe, warum die 73 die beste Zahl ist. Ihr habt ja bestimmt eine Lieblingszahl, aber mal schauen, ob ich euch davon überzeugen kann, dass die 73 eine bessere Zahl ist. Der erste Grund. Die 73 ist eine Primzahl. Das sind spezielle Zahlen in der Mathematik und damit auf jeden Fall prädestiniert, um eine Lieblingszahl zu werden. Das bedeutet, die 73, wenn wir die in ein Produkt schreiben wollen, dann geht es nur, indem man einmal 73 draus macht. Es gibt keine weitere Zerlegung von dieser Zahl. Das ist anders als bei der Zahl 12 zum Beispiel, wo man eben sagen kann, ja, die 12 kann man als einmal 12 schreiben, aber es gibt auch weitere Zerlegungen. Zum Beispiel 2 mal 6 oder 3 mal 4, alles ergibt 12, aber bei uns gibt es sowas nicht. Das hier ist die einzige Zerlegung, die es gibt. Die 73 ist aber nicht nur irgendeine Primzahl, sondern die 21. Primzahl. Und was macht das Ganze so besonders? Zerlegen wir die 21 mal in ein Produkt, da können wir 7 mal 3 draus machen und finden da nochmal unsere Ziffern. Der zweite Grund. Wenn wir uns die Spiegelzahl von der Zahl 73 anschauen, dann liest man die Zahl einfach von hinten, also landet bei der 37. Und die 37 selbst ist auch schon wieder eine Primzahl. Damit ist die 73 nicht einfach nur irgendeine Primzahl, sondern eine sogenannte absolute Primzahl. Also wenn man diese Ziffern neu anordnet und auch wieder eine Primzahl erhält, dann ist das hier eine absolute Primzahl. Und die 37 ist auch nicht nur irgendeine Primzahl, sondern dreimal dürft ihr raten, die wievielte Primzahl hier rauskommt, wo wir uns bei Spiegelzahlen befinden. Und wir hier die 21. Primzahl hatten, da haben wir hier jetzt tatsächlich die zwölfte Primzahl, gerade wenn wir die beiden rumdrehen. Und in dem Zusammenhang gibt es auch noch einen anderen Begriff, nämlich die sogenannte MIRB-Zahl. Das haben wir hier bei der 73 auch. Wenn man eine Primzahl rumdreht, also von hinten liest, so wie wir es hier gemacht haben, und wenn da dann eine neue Primzahl erscheint, so wie hier, dann spricht man von einer MIRB-Zahl. MIRB lest dieses Wörtchen mal rumgedreht, also von hinten Prim, eben MIRB kommt da raus. Und so ist dieses Wörtchen entstanden. Dann kommen wir zum dritten Grund. Wenn wir unsere 73 aus dem Dezimalsystem, in dem wir ja rechnen, wenn wir das ins Binärsystem umwandeln, dann erhalten wir die Zahl 1001001. Wie man das umwandelt, könnt ihr euch gerne nochmal in einem meiner Videos anschauen. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. So, was ist jetzt besonders an der Binärdarstellung von dieser Zahl? Naja, schaut mal, wenn wir sie von vorne lesen, haben wir 1001001. Wenn wir sie von hinten lesen, 1001001. Wir haben hier ein sogenanntes Palindrom. Ob wir die Zahl von vorne lesen oder von hinten lesen, völlig egal. Und das Spezielle an dieser Binärdarstellung, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stellen. Und wie viele Einsen davon? 1, 2, 3 Einsen. Da haben wir wieder unsere 73. Noch nicht überzeugt? Dann gibt es noch weitere Palindrome, die wir hier finden können. Nämlich, wenn wir die 7 an sich aus dem Dezimalsystem in das Binärsystem umwandeln, haben wir 1, 1, 1, was auch wieder ein Palindrom ist. Oder wenn wir die 3 aus dem Dezimalsystem in das Binärsystem umwandeln, landen wir bei 1, 1, was auch wieder ein Palindrom ist. Und der letzte Grund, wenn wir die 73 in den Morse-Code umwandeln, dann schreibt man die Zahl 7 im Morse-Code. Das ist lang, lang, kurz, kurz, kurz. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was wohl passiert, wenn wir die 3 in einen Morse-Code umwandeln. Ja, es ist schön symmetrisch aufgebaut. Auch wieder kurz, 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 lang, lang. Und wir landen schon wieder bei einem Palindrom. Und als Fun-Fact, das Ganze wurde im Grunde von Sheldon Cooper, dem Charakter von The Big Bang Theory, ins Leben gerufen, dass die Zahl 73 die beste Zahl ist. Mit einigen von diesen Gründen, die ich euch heute genannt habe. Und das wurde tatsächlich in der 73. Folge dieser Serie ausgestrahlt. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler, der Sheldon spielt, 37 Jahre alt. Denn er ist im Jahr 1973 geboren. Und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Ansonsten, wenn nicht, dann schreibt eure Lieblingszahlen mit euren Begründungen gerne in die Kommentare. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Liked das Video gerne und wir sehen uns dann beim nächsten. Macht's gut!